Aktuell erleben wir wieder die Situation steigender Infektionszahlen. Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt heute bei 34,9. Sie steigt sogar früher und schneller als im vergangenen Sommer. Und mit den Zahlen wächst auch die Sorge für einer vierten Welle. Wir müssen also vorsichtig bleiben. Zugleich haben viele Menschen jetzt die Befürchtung, dass nun alles wieder von vorne beginnt. Und ich sage Ihnen, wir wollen, müssen und werden einen neuen Lockdown verhindern. Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss getestet sein. Das ist genau der Umkehrschluss. Dem Geimpften kann man keine Grundrechtseingriffe mehr zumuten. Aber wer sich nicht impfen lässt, muss dann eben den Test in Anspruch nehmen. Und Tests müssen bald wieder selbst bezahlt werden. Es ist auch nicht akzeptabel, dass wenn ein Impfangebot da ist, jemand sich nicht impfen lässt, er dann noch das von den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern bezahlen lässt. Da braucht man eine Übergangsfrist. Ab heute geht das Signal aus, in acht Wochen, Anfang Oktober, wird dann für jeden Test bezahlt werden müssen. Und dann ist das Signal, das ist dein Test bezahlt wird.